Aus den Tagebucherinnerungen des C. Rascher Fame Game In der Grundschule zeichneten sie schnell die ersten Formen eines sozialen Rankings ab. Zu den coolen zu gehören, wurde plötzlich an weitaus individualistischeren Kriterien festgemacht. Da reicht es auf einmal nicht mehr als bloßes Asset, Anhänger des richtigen Fußballclubs zu sein. Mathematisch könnte man auch sagen, der Status als Bayern-Fan wurde im Alter von etwa sechs Jahren von der hinreichenden zur notwendigen Bedingung herabgestuft und in meinem neuen Mainz-Trikot mit Christoph Babatz, 24, erfüllte ich leider nicht mal Letzteres. Schon als ich am ersten Tag mit der Schultüte argwöhnisch auf unseren Grundschulkomplex zutrottete, wusste ich, dass harte Zeiten bevorstanden. Der Konkurrenzkampf würde zunehmen, der Druck stieg. Das soziale Standing in der Grundschule wurde noch nicht an der spätkapitalistischen Dreifaltigkeit Geld-Frauen-Autos gemessen. Zuerst kamen deren drei mindestens wesensverwandte Vorläufer. Sportlichkeit, Großmäulichkeit, Inhalt der Brotdose. Gerade hinter der Brotdosen-Thematik verbarg sich ein derart faszinierendes soziologisches System, das muss ich an dieser Stelle einfach kurz aufgreifen. Wer beim gemeinsamen Frühstück vor der großen Pause ein Nutella-Weißbrot aus seiner Brotdose zaubern konnte, der war grundsätzlich erstmal der Größte. Nutella-Weißbrot? Gar das denn überhaupt etwas Besseres? Für uns kleinen Scheißer, die wir die Welt noch nicht kannten, war das nur schwer vorstellbar. Nutella-Weißbrot. Das schmeckte wie ein fantastischer Remix aus Chemie und Haselnuss, aber vor allem machten hierfür ja die deutschen Nationalspieler Werbung. Wenn Kevin, Arne und Andi in der Sportschau-Werbepause Nutella-Mampfend am Frühstückstisch herumalberten, war das von einer so astronomischen Coolness. Da würde, wollte, da musste man einfach dabei sein und der schnellste Weg dorthin war, auf Ferreros Marketingstrategie reinzufallen und die übel propagierte Lifestyle-Creme kurzerhand zu kaufen. Das war zwar hirnrissig, aber wenn die Coolen sich jeden Morgen ihre Nutella-Toasts reinschoben, reichte das immer noch verdammt nah an das idealisierte Frühstückserlebnis mit den Werbeboys heran, während wir anderen Versager nur am Nebentisch Nussblee spachteln konnten. Meine Eltern fielen leider nie auf Marketing rein. Im Gegenteil, fesches Marketing war für meine Eltern vielmehr ein Argument, Dinge nicht zu kaufen. Wurde ein Produkt auch nur ansatzweise gut beworben, klingelten bei ihnen direkt alle antikapitalistischen Alarmglocken. Das war verdächtig, hier lief man Gefahr, auf ewig im Schlund des bürgerlichen Massengeschmacks zu versacken. Ich weiß noch, wie auf Arte mal eine Werbung für einen Waldhonig kam, den wir zufällig im Schrank hatten. In dem Spot war eine dicke Biene animiert worden, die am Ende treudoof in die Kamera winkte und dann blitzschnell aus dem Bild knatterte. Das war zu viel für meine Mutter. Noch bevor die Promobiene in der nächsten Werbepause ihren zweiten Auftritt feiern durfte, war der Waldhonig vom Einkaufszettel gestrichen und nachhaltig aus dem Warenkorb verbannt. Dasselbe Spiel beim Fleischkonsum. Zu gerne hätte ich die Wiesenhof-Mortadella gegessen, wenn die mit Lebensmittelfarbe so herrlich pietätslos Herzchen oder wahlweise Smileys eingestampft waren. Aber nein, was ich bekam, war immer dieselbe keck-in-fett-schwitzende Bio-Salami, die aber nun mal so gar nicht danach aussah, als habe das Schlachtvieh einst ein glückliches Leben geführt. Ich persönlich bin ja dafür, dass der Staat sich bei der Förderung von Bio-Landwirten auf das Wesentliche konzentrieren sollte. Bio-Ware scheißert doch nicht am Preis. Bio-Ware sieht einfach nur scheiße aus. Deshalb fordere ich einen Marketingfonds für Öko-Bauern, damit die armen Traktortrottel endlich einen Zugang bekommen zum Instrumentarium der manipulativen Werbeindustrie. Wir brauchen Food-Stylisten an Demeter-Höfen, popelgelben Farbstoff im Bio-Greeno-Käse, mal richtig drauf mit Bitchy Bitchy Bling Bling und Dieter Bohlen, der auf Großleinwänden Werbung für Alnatura Reiswaffeln macht. So geht doch Agrarwende. In der Brotdosen-Hierarchie wurden die Nutella-Boys dicht gefolgt von den Leuten, die allerlei Scheiß mithatten, der gleichermaßen ungesund wie entgeil schmeckte. Fruchtzwerge, Snickers, Actimel und ein paar weitere Erzeugnisse aus der Nestle-Produktfamilie, wo man auch so richtig die ausgelöschten Existenzen irgendwelcher armen südamerikanischen Palmölbauern rausschmeckte. Im soziokulinarischen Mittelfeld standen die Brotdosen von Kindern mit Eltern aus dem Bildungsbürgertum. Die Bildungsbürgereltern hatten zumeist in Erziehungsratgebern gelesen, dass ein Frühstück mit Liebe zubereitet werden müsse. Und Liebe verkörperte für sie entweder eine Schar Weintrauben oder zwei bis fünf Cocktailtomaten, die dem obligatorischen Erdnussbutterbrötchen in dieser halb gesunden, halb trashigen Hybrid-Brotdose beigefügt wurden. Nichts aber konnte die Liebe toppen, die meine Eltern mir jeden Tag in die Schule sendeten. Würde sich Liebe in Gemüse aufwiegen lassen, ein Blick in meine Brotdose und Amor's Pfeil steckte mir im Brustkorb. Vollkornbrot mit zerfleddertem Bio-Gauda, ein Schlachtfeld aus mit Liebe gehackten Mini-Karöttchen, Mini-Gürkchen, Mini-Radieschen, Mini-Nüsschen bis hin zu Mini-Tomätchen, die wirklich die Vermutung nahelegten, meine Eltern gehörten zu der Spezies, die sich tatsächlich beim Teleshopping mal einen nicer, nicer Plus zugelegt hatten. Highlight der Brotbox war ein trockener Müsli-Riegel, der nach naturbelassenem Getreidefeld schmeckte. Alles serviert mit frischem, selbstgezapftem Leitungswasser. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach. Damit war ich in der Brotdosen-Hierarchie klares Tabellen-Schlusslicht. Mit diesem Frühstück bestand meine einzige Gestaltungsmöglichkeit darin, hier und wieder meinen Sitznachbarn David mit Mamas selbst gesammelten Walnüssen abzuwerfen, was aber nach kurzer Zeit auch keinen Spaß mehr machte, da von David spätestens ab 10 auf 45 zurückgeschossen wurde, nur mit wesentlich härteren M&Ms. Wenn man wissen wollte, wo man in der Gesamtwertung dieser frühen gesellschaftlichen Hackordnung stand, musste man einfach oft genug zur Seite schauen. Daneben man als Spiegelbild der eigenen Wert- bzw. Minderwertigkeit. Und nirgendwo konnte man sich ein so klares wie schonungsloses Urteil abholen, wie beim täglichen Hand in Hand zum Bus gehen. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass wir uns nach Schulschluss immer erstmal auf dem Hof versammeln mussten, um dann von einem sogenannten Busordner zur Haltestelle geführt zu werden. Das subtile Performance Review folgte dabei einem simplen Prinzip. Je weiter man vorne stand, desto mehr coolnespolitische Credit Points hatte man in der Grundschulmatrix gesammelt. Es war sozusagen der abschließende Score, in dem alle übrigen Subrankings aggregiert waren. Zu meinem Leidwesen auch die Brotdosen-Hierarchie, deren desaströses Endergebnis ich tagtäglich auf anderen Spielfeldern auszubügeln versuchte. Die besondere Mystery beim Hand in Hand zum Bus gehen lag darin, dass sich die Rangordnung so unterschwellig, so diskret manifestierte. Da kam ja niemand und hielt Nummern von 1 bis 10 hoch. Nein, hier war alles ordinal skaliert. Man interpretierte in Kategorien wie besser als Justin und weiter hinten als Colin Finlay. Allem voran gleich wie. Das war natürlich mit Abstand die interessanteste Kategorie. Der Blick auf die Person, mit der man selbst Händchen halten musste. Tja, Stefan, wie also auf einer Stufe? Aber doch nicht auf einer Wellenlänge! Lasst uns zu Demonstrationszwecken doch mal eintauchen in diese fesselnde Welt des Hand in Hand zum Bus gehens. Die Pole Position hatten Luca und Maxi inne. Ihre Position war mit der eines Marktführers vergleichbar. Als Pioniere des Mikro-Influencer-Turms, die das bunte Klettergerüst unserer ersten Selbstverwirklichungsversuche unsicher machten, waren sie in der lukrativen Position, selbst proaktiv festlegen zu können, was cool war und was nicht. Darin lag übrigens auch die Krux, wenn die beiden einen nicht mochten. Weil man ihnen dann nacheiferte und laut Penispumpe durchs Klassenzimmer rief, war das auf einmal nicht mehr cool und alle schauten einen an wie den letzten Kackspaten. Erste Momente des Fremdschäms. Ganz andere Situation dagegen, wenn Luca und Maxi in einem Akt rebellischer Subversion gemeinsam in den Papierkorb pisten. Das fing zwar in den nächsten Tagen tierisch an zu stinken, schien der allgemeinen Wahrnehmung aber wohl cool zu sein. Das grundschuleigene Game of Fame, wer konnte da noch durchblicken? Grundsätzlich half es immer, heftig und fester hauen zu können. Wie Yannick und Dennis, die einen Stammplatz in der zweiten Reihe hatten. Die pausbäckigen Kinderzimmer Osamas, die mich immer so ein wenig an Crape und Goyle aus Harry Potter erinnerten, schnitten in den einzelnen Statusrankings eigentlich recht mager ab. Sie aßen morgens gewöhnlich Weißbrot mit einer kriminell tiefen Butterschicht und übertrieben dick geschnittener Metzgersalami. Sie verkackten immer übel beim Hochsprung, weil sie so fett waren und für Schlagfertigkeit fehlte es ihnen schlicht und ergreifend an Intellekt. Da man aber jederzeit damit rechnen musste, willkürlich von ihnen zusammengeschlagen oder zumindest in den Klassenschrank gesperrt zu werden, umgab sie eine dumpfe Aura des Respekts. In unserem sozialen Mikrokosmos könnte ihnen am ehesten noch die Rolle des Militärs oder besser noch irgendeines wildernden Freikorps zugewiesen werden. Luca und Maxi schützen, den Rest in turnusmäßiger Reihenfolge verdreschen. Entweder um ein Zeichen zu setzen oder einfach, weil er einem gerade danach ist. Selbst Luca und Maxi hätten sie, im wahrsten Sinne des Wortes, stürzen können. Auf diesen Gedanken kamen sie aber nie und hätten realistischerweise auch keinerlei Ideen gehabt, was mit all der Macht anzufangen wäre. Ich hatte große Angst vor ihnen und doch pfiff es mir, wenn ich sie sah, immer so ulkig in den Ohren. Hauptschule, Hauptschule, Hauptschule. Jetzt besser mal Beschöpfigen nach unten gucken. Lieber schnell weiter zu meiner Fraktion, dem Benchmarking-Club. Der Benchmarking-Club, wie ich ihn heute nenne, bestand aus Erik, Jan, Philipp und mir und macht im Wesentlichen das, was man beim Benchmarking eben so macht. Man benchmarkt. Man lernt vom Besten. Wir lernten von Luca und Maxi. Und dort lernte man tolle Sachen. Die Haare morgens zu einem fettigen Frontspoiler nach oben gehen zum Beispiel oder random Leuten Hosenzieher verpassen. Alles fundamentales Praxiswissen einer sittenverdorbenen Spaßgesellschaft. Hier lernte man fürs Leben. Das Problem war nur, dass ich schon immer Scheiße im Nachmachen war und somit in diesem Modus nur schwer succiden konnte. Meine hochgestellten Haare sahen nicht nach Frontspoiler, sondern eher nach Mofa-Unfall aus. Beim Hosenzieher legte ich mich aufs Maul. Abpausen, nachstellen, ausmalen, kopieren. Ich konnte das nicht. Schon immer hatte ich zu der unter Atemschutz stehenden Minderheit gehört, die Hausaufgaben nicht wie jeder normale Mensch abschrieb, sondern tatsächlich machte. Für meine Benchmarking-Performance alles eher hinderlich. Meine unterdurchschnittlichen Adaptionsfähigkeiten reichten gerade noch aus, um mich von sozialgesellschaftlichen Totalausfällen wie Timon und Luca 2 abzugrenzen, die offen ihre Popelfraßen und Tigerenten-Latzhose trugen. Sie waren der Bodensatz der Gesellschaft, die Jungs, die sozial unter Quarantäne gesetzt und systematisch isoliert wurden. Da konnten sie noch so viele Profilierungsversuche starten, wie gelbe Gummiflummis mit dem Schlachtruf Pikachu los durch die Klasse zu schmeißen oder Lehrer fickt dich ins Knie mit Rechtschreibfehlern an die Tafel zu schreiben. Sie waren unerwünscht und mussten ganz nach hinten. Die Letzten werden die Letzten sein.